Gucken. Hm. Wirkert keinen mehr. Kommt der jetzt das Selten? Oder wird mal rausgeflogen? Wann sie nicht? Hm. Ist er jetzt wieder gleich geflogen? Schauen wir mal. Blubblubblubblubblub. Oh, recht. Nein, ne mehr. Egal. Hm. Watt ist das hier überhaupt? Ich finde es so, wie Bonas denn da reingefreffen hat. Der ist immer noch ein Pummen. Ja. Küsse ist voll. Ja, war voll. Oh, der war voll. Apropos, was wir den Leuten auch gar nicht erzählt haben. Wir haben auch Schanklo damit auf den Server gepackt. Ach, ja. Ist auch unwichtig. Die Bienen sind fast fertig. Lol. Wie viele Kühe haben wir jetzt eigentlich mittlerweile hier? Ein paar. Ein paar, sagt er. Und ne Oberkuh, die da drin hängt. Und ne Oberkuh, die da drin hängt. Du bist so ein Arsch, ne? Ich war grad am Zähl, du Penner. Und ne Oberkuh, die da drin hängt. Ich bin der Bulle hier. Nein, die Kuh. Ach, Mann. Schön, oder? Arschloch. Ach, nö. Ich nicht. Doch. Ähm. Ja. Wow. Das sind die Fragen. Hat sich das Portal nochmal neu generiert? Oder war das schon vorher auf der Festung drauf? War vorher schon auf der Festung drauf. Okay. Hab ich eigentlich Schwein gehabt? Ich hab fast... fast Pikmin geschlagen gehabt. Schade eigentlich. Boah, war das knapp. Wie mach ich das jetzt? Wie mach ich das jetzt am Schloss? Weil wir haben schon echt paar viele Kühe. Und dann brauchen wir eigentlich noch so ne Weide, ne? Ja. Weiß nicht. Ach, hier ist ja dieses Fleisch. Ja, gut. Das wäre ja nicht das Problem. Weide kann ich ja wo die Glaswand hinmachen. Mh. Kann ich mal damit dahin machen. Zombie Rain. Okay. Okay. Mehr nicht. 1, 2, 3, 4, 4. Hip, der, da, 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 da. Sorry. Okay, da ist Closedown. Da ist ein Beamnest. Ich hab nix zum Hochbauen mitgenommen. Oh, machst du bestimmt ne Spitzhacke mit doch nicht. Ja. Kannst du dann ja so weg mitnehmen. Ja, ich weiß. Ich meine ja nur, ich hab nix zum Hochbauen mitgenommen. Dann macht man hier vielleicht die Weide hin? Waaaah. Ich hab ich schon wieder ein Ghast. Übrigens, ich glaub da vorne ist auch ein Spawner, ne? Ja. Ein Basement Spawner. So wie das da hinten an der Ecke aussieht. Bam. 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 mir schon erzählen das ist gerade ein bisschen schwierig was sehen das glaube ich das wirklich sehen kann ich glaube auf den wecker schauen 23 muss gleich noch mal kurz weg für ein halbes stündchen weil ich das darf nein wann gleich zehn minuten noch mal in den zehnten minuten wieder so vier da da passt so warte mal viele stunden ja bei mir wird es ja passen mit den folgen eine halbe stunde bin schnell wieder da ja ich klatsch einfach hinten wieder ran dann in der zeit kann ich das andere dann schon mal machen wenn du weg bist dass ich da das feld ebene kannst du ja machen das braucht ja nicht in der aufnahme sein bei gast also maximal werden es für 14 minuten ich weiß nicht wie fix ich da bin relativ schnell immer das drecks ja und freie bogen habe ich nicht oder feiler hat mir nicht mehr ich weiß auch wo die sind alle alle ja relativ ich glaube ich noch welche damals in meinem weg drinnen da sind visa skelette mich verarschen warum treffe ich das messvieh denn es kommt auf mich zugeflogen ok es mag dich vielleicht vielleicht mag es dich einfach nur ja ganz doll lieb haben und tot ist es viel dahinten ist noch ein zu toll muss jetzt noch voll futtern es muss voll furzen ja voll frutzen 5weser skelett komm her komm bei fuß bei fuß komm zu den onkel ja komm zum onkel bei fuß bei fuß bei fuß ah schade kein kopf hätte ja schon klappen können oh in den nächsten 10 minuten dann wiser hab ich gehört was in den nächsten minuten dann ein wiser besiegen naja das man das schon mal hat oh verdammt ich glaube du nervst garst wusstest du das schon mal ich glaube von da komm ich da hin das sieht immer so okay aus mit der mit diesen fleisch ja da ja dieses fleischzeug ja dieses fleisch ja hier sind hier sind blaze nervig ja sterb into fire zwei stück hab ich hm hat doch was das ist schon machine kommt spawnt der glas hin du sollst spawnen da natürlich auch sei bis klar so wenn zentos jetzt hier noch die wand lang zieht dann bräuchte die wand auf jeden fall nicht machen ne und ich mach dann noch ne wand ähm ich will das zeug dankeschön mumpf 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 dafür sind es vier und dafür sind es acht hm hm kannst du an der langen wand ne also in dem mittleren feld kapel in der blöcke benutzen ja ja weil dann bräuchte ich ja nicht nur doppelt also bräuchte ich keine zweite wand ziehen und könnte dann die eine wand ja mit diesen ich sag mal mit so einer tapete überziehen hm ja kann ich ja machen das wäre ja ein bisschen sinnvoller wenn es so also müsste ich jetzt noch eine kapita reihe als wand entziehen und wäre ein bisschen blöd wenn du das gleiche machen könnte weil fenster kannst ja nur wenn es ein bisschen setzen ist ja schlecht ja ja doch wird ja auch funktionieren klar ich muss ja gerade nichts rüber ziehen wenn man da ein fenster macht und da ein fenster ja klar naja kannst ja du da Fenster machen und den Rest machst du ebenfalls voll boah diese scheiß blaze das ist doch schon also eine ender pouch kann ich schon machen ja weißt du dass du schon mal Maken bringt aber nichts es kommt mit soja milch schon entgegen flogen hehehe oh was kommt noch soja milch und firm tofu ok ja 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 die sind ja dann hier vermute mal dann ist hier voll aber und ja okay ich weiß was das ist das das ist das schmeißen da drei stück da manchmal komisch ich verstehe dass manchmal hier nicht versteht von irgendwas war ja auch schon nichts neues da kannst du mal bei dir auch kajas close und in der hand und das leuchtet auch früher war das nie heißt auch klostein 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 alles muss verkrott sein ich habe jetzt heute echt mlg skills hier was sogar nicht habe ich auch nicht wie komme ich mit der konstruktion gerade irgendwas von neben ist dann die war ja zu wenig kacke wenn die place außerhalb bauen müssen jetzt mal die extra ja ich mir ja sterben gut machen wir eine kurze pause zentos geben ich noch mal fix umziehen mit mitten in der hölle ja kannst du ja mal öffnen ich hab da ja kein problem mit mitten in der hölle eine kurze pause ja du kannst ja noch ein paar minuten weitermachen was kann ich noch wann das portal überhaupt was findest du schon gott total ich weiß es nicht das kann atlas mit ja habe ich da steht drauf dann siehst du ja 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 ach nein scheiße das ist ein anderer berg drin soll ich eben noch mal rein kommen du bist einer so weit bin ich doch gar nicht weggegangen das weiß ich ja nicht ich echt nicht ach so hier toll hallo ernst ja meine nehmen ich will nicht wieder zurück gut leute dann würden wir sagen wenn wir jetzt mal die aufnahme kurz und sagen dann bis später tschüss ja Ciao.